Servus, ich bin der Patrick Hittinger von den Red Bull Hockey Juniors und das ist Red Bull, der letzte Satz. Wie heißt der bekannteste Park Londons? Keine Ahnung. Wer ist der Frühaufsteher im Team? Keine Ahnung. Wo ist der Stephansdorf? In Wien. Wie nennt man das höchste Flugobjekt, das immer wiederkehlt? Bumerang. Wer ist der härteste Spieler im Team? Ich. Bei welchem Spiel wird ein Köhl verwendet? Billard, Bull. Wie heißt die Lehre vom Wetter? Keine Ahnung. Meteorologe. Wie viel Prozent der Erdüberfläche entfallen auf Meer? 70 Prozent. In welchem Monat darf man jeweils flücken? Keine Ahnung. Was nennt man Kilt? Boah, weiß ich nicht. Wie heißen die Wasserfälle an der Grenze zwischen USA und Kanada? In die Hektarefälle. Welches Landtier kann am schnellsten laufen? Landtier. Usain Bolt. Wie nennt man eine Mahlzeit, die Frühstück und Mittagessen kombiniert? Brunch. Ende. Danke. Usain Bolt. Usain Bolt. brothers. Wasserfälle. Ich bin Sahel.